Der Bushido war auch sehr involviert, mehr als sonst. Nochmal haben wir ihm die Hits geschrieben und ihn angerufen, hier, hör mal. Diesmal war er so im selben Raum, als wir geschrieben haben. Was mich abfuckt, ist, er redet immer mit Handbremse irgendwie. Man muss sagen, Leben und Tod von Kenneth Döller ist wirklich nicht gut gealtert, ne? Das ist die Inception, die Echo gemacht hat. Er hat den besten Disstrack gegen Bushido all time geschrieben und den von Bushido selbst ihn rappen lassen. Das ist die Darius-Dimension. Jetzt gucken wir den Fresh-Family-Podcast. Leute, Fresh-Family-Podcast, die Abrechnung Echo und Sarah über Erfolgsdruck und Battle-Rap. Wir hören uns das jetzt nicht komplett an, nur dass du willst, der Podcast ist da. Ihr könnt es jetzt gerne selber angucken. Die beiden haben einen Podcast, wo die so ein bisschen auch Revue passieren lassen, was so war. Wir haben zwei Ausschnitte rausgesucht, die wir uns anhören. Und zwar über K1, Echo über Leben und Tod des Kenneth Glöckler und Entschuldigung an K. Ab 25 Minuten, ich skletch mal da rein. Da sind wir, bei unserem Lieblingsender Cosmo in der ARD-Audiothek. Frau Fresh ist aus jeder schwierigen Situation. Wir steigen einfach mal rein. Gleich geht es los mit dem Thema. Etwas Positives rauskommt. Wir haben ja gerade davon gesprochen, mit Dizzen. Und ich habe ja gesagt, wir machen es nicht. Es ist aber nicht so, dass ich es nicht könnte. Ich habe es auch schon mal gemacht. Ich habe auch schon wirklich das bewiesen. Ich glaube, ich bin auch einer, der das wirklich gut kann. Boah, ich weiß nicht. Wenn ich das könnte, weiß ich nicht, ob ich das nicht machen würde. Vor allen Dingen beim Schreiben. Ich lobe mich so ungern selber. Das ist mir jetzt gerade auch total peinlich. Aber ich glaube, dass ich diese Personals, das ist so eine der Arten der Zeilen beim Dizzen, dass ich die besonders gut kann. Besonders abwertend reimen kann da. Weil bei vielen Diztracks kannst du einfach die Lines austauschen. Das kann gegen jeden sein. Aber bei meinen Sachen war es nie so. Und die Sarah, die Leute denken immer, die weiß alles von meiner Karriere, von meiner Rap-Karriere vor allen Dingen. Nee, die ist so ein Mainstream-Kind. Und ich habe ja hier eine Rubrik, wo ich immer erzähle für sie. Und ich würde sagen, hier, wo wir beim Dizzen sind, erzähle ich dir mal ein bisschen was über Dizzen. In der Rubrik Onkel Friese erzählt. Ich weiß nicht, was du immer so lustig findest. Ja, die Leute wissen, ich bin hier mit meiner Frau. Ich bin hier bei Cosmo. Und früher am Morgen erzähle jetzt irgendwas hier vom Dizzen. Das ist für mich so eine lustige Situation. Aber egal, das ist jetzt wirklich so ein Witz. Da kann nur ich drüber sein. Was ist mit dem S los? Also Leute, was ist mit dem S los? Also Animus sagt in deinem Podcast Sinan. Sinan. Wie oft will er noch Sinan sagen? Jetzt sagt Eko Dizzen. Was ist mit dem fucking S los? Gibt es kein S mehr? Wir müssen noch mal ganz kurz dazu sagen, ja, noch mal für alle Leute, die irgendwas anderes interpretieren, wenn man mit einem Hip-Hopper verheiratet ist. Es ist wirklich nicht so, dass wir am Küchentisch oder Abend sitzen und Eko erzählt mir die ganzen Storys. Wir haben eben noch im Auto ab. Ich sage, hör mal. Hä? Ich dachte, die Freestyle beim Kochen. Yo, gib mir mal Zucker. Ah, ich habe noch ein bisschen Butter. Ah, Respect. Der Doppel-Rite. Ich weiß gar nicht, was das damals gewesen ist. Ich muss da wirklich mir das Lied oder was auch immer mal wirklich reinziehen, weil keine Ahnung. Und das Lustige ist ja auch immer für mich, wenn ich irgendwo hinkomme, die Leute fragen mich ja dann auch. Nach bestimmten Themen. Und ich denke mir immer nur so, boah, keine Ahnung, was weiß ich nicht. Also, Frau Bohr, die Slots, habe ich dir eben schon erzählt, des Erfolges in der Rap-Szene waren hart umkämpft damals. Es gab kein Internet und es waren ganz wenige Slots im Fernsehen und irgendwie in den Zeitungen vorhanden und es wurde da wirklich hart, hart drum gekämpft. Man würde alles quasi dafür machen, um da ranzukommen, um die Vorherrschaft in dieser Rap-Szene zu haben. Damals. Heute ist es wieder anders. Du kannst ja jedem öffentlich schreiben. Das war aber damals nicht so. Das heißt, wenn du mit einem Knies hattest, dann hast du ja über den anderen so ein Gedicht geschrieben sozusagen. Voll logisch. Ein respektierisches Gedicht. Ein Diss-Song. Aber das war auch cool. Also, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, ich gucke ja immer noch gerne Battles im Internet, weißt du ja. Das ist echt was, was mich runterbringt, wo ich denke, boah, geil, gute Technik. Das ist etwas, was ich kenne. Damit bin ich groß geworden. Das war mein Ding. Woran du das auch sehen kannst, es gibt so die drei größten Diss-Songs aller Zeiten im Deutschrap. Würde ich sagen. Abrechnung, das Urteil und Leben und Tod, das kenne ich Glückler. Die hat gar keine Ahnung, was ich hier rede. Doch, das habe ich schon mal gehört. Und wie gesagt, bei dem einen weiß ich ja noch, dass du das gemacht hast, auch wenn du mir das vehement zu streitest, dass ich dabei gewesen bin. Okay, bei dem dritten sagt Sarah, sie wäre dabei gewesen, als ich das geschrieben habe. Ich weiß, dass es nicht sein kann, Timeline-mäßig, weil ich glaube, das war davor. Aber ist egal. Komm, das ist jetzt ein anderes Thema. Der eine ist von mir, so ein Diss gegen die ganze Hip-Hop-Szene, weil die mich immer geärgert haben. Der andere ist über mich. Das ist so witzig, wie der darüber redet. Das ist so Oldschool-Style. Die haben mich ja damit so geärgert. Ja, das passt halt auch zur ARD, der Talk, also die Art und Weise, wie er redet. Ja, als Antwort. Und den anderen habe ich für jemanden geschrieben oder inszeniert. Ja, inszeniert. Ich habe da Regie geführt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, das ist nichts Schlimmes, es ist auch gegen keinen böse gemeint. 80 Prozent daran geschrieben. Also es war damals so. Pass auf, ich fange nochmal so an. Bushido und Kay hatten Disserei, weißt du? Und der Kay hatte so ein bisschen die Überhand. Weil der hatte auch irgendwie die besseren Argumente. Der ist ja gerade rausgegangen und meinte, ja, ihr seid sowieso so und so. Ich sage das aber alles voll neutral. Ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Auch Gruß an jeden, der beteiligt war. Ist ja auch ein paar Jährchen her. Ist schon ein paar Jährchen her. Ich will keine Wunden aufmachen. Ich will nur erzählen. Oh mein Gott. Nach so vielen Jahren immer noch Paranoia, einfach richtig straight up rauszureden. Gut, aber es steckt ja auch so tief drin, dass vielleicht hat man auch gar keinen Bock mehr. Aber dann weiß ich nicht, warum du überhaupt darüber redest, oder? Also ich meine, entweder dann redet er auch gar nicht darüber. Naja, okay. Weißt du, das ist mein Podcast. Da will ich auch mal festhalten, was ich so gemacht habe. Und dir das vor allem. Ich notiere. Ja. So, die hatten so das. Ja, ich denke auch, wegen der Headline, Abrechnung, Echo, Dust, Battle Rap, Headline. Und auch, dass wir darauf reagieren und so. Da machen die das. Aber irgendwie, da machen die das auch nicht richtig. Also ernst auch über das Ding reden. Er rudert immer beim Reden. Er hat schon ein bisschen, es kommt mir so rüber, als ob der so nicht anecken will oder so. Und ich habe damals dann den Bushido angerufen und gesagt, ey, das geht nicht. Du kannst dir das von ihm nicht gefallen lassen. Weißt du, weil ich war selber noch sauer auf Kay. Weil der Kay mich ja mal sitzen gelassen hat. Das sind alles so verworrene alte Geschichten. Aber ich war richtig sauer auf Kay. Und ich habe gesagt, das kannst du dir nicht gefallen lassen, Alter. Ne, hör mal. Ich habe sozusagen zu dir gehalten. Und jetzt, das wirft auch ein schlechtes Licht auf mich und, weißt du, auf meine Entscheidung. Ja, meinst du, meinst du. Und dann bin ich hin. Ich mache das hier ganz kurz, weil es soll nicht das Hauptthema sein. Der war dann mit Shindi schon am Schreiben. Shindi war auch quasi auf Bushido-Seite. Die waren schon am Schreiben. Die hatten so, keine Ahnung, acht Zeilen oder zwölf Zeilen. Die waren auch gut. Aber wirklich, da bin ich in meinen Steven Spielberg reingegangen. Da habe ich gesagt, Jungs, wartet kurz. Wir müssen das so machen. Guck mal, die Sympathien sind auf Kay's Seite. Weil er ist wie das Welpen. Weißt du so. Du kannst den jetzt nicht da so fertig machen. Weißt du, dann, das kommt so scheiße. So, als ob du jemandem so, ne. Du musst erst mal die Geschichte erzählen. Bushido und Shindi hatten schon zwölf Lines. Ja, klar, das waren acht Minuten, das Track. Und das waren 174 Lines. Aber, ey, die waren auch richtig gut. Und er schwitzt nicht. Das erinnert mich irgendwie an, kennst du. Kennst du? Ich muss erst mal die Geschichte erzählen und das Szenario aufbauen, warum das dich stört und warum der so schlecht ist, sozusagen. Das ist ja auch der Sinn von einem Disc Track, ne. Und dann fing ich an, weil ich konnte das bei mir anfangen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich ja selber sauer auf den war, weißt du. Den ersten Teil der Geschichte wusste ich ja schon, ne. Weil ich da involviert war. Irgendwann war ich dann raus und dann waren die nur noch involviert. Und ab da haben die auch mitgemacht, sozusagen. Die haben die ganze Zeit mitgemacht, so Reime zu finden und so. Ich muss sagen, der Bushido war auch sehr involviert, mehr als sonst da drin. Weil er auch da emotional von betroffen war. Das hat er aber gut gesagt. Ja, mehr als sonst. Nur mal haben wir ihm die Hits geschrieben und ihn angerufen, hier, hör mal. Diesmal war er so im selben Raum, als wir geschrieben haben. Er war so voll involviert. Mehr als sonst auf jeden Fall. Also habe ich die Geschichte erzählt, ne, und wirklich so lange, das geht 20 Minuten oder so. Und wo wir fertig waren und wir haben dann die Lines, die so eher dissen, die haben wir immer an die Seite getan. Und dann habe ich gesagt, dann machst du einen Break und dann sagst du so, das bist du. Das ist, warum ich dich disse. Und jetzt, pass auf. Und dann ist er wieder rein. Und da haben wir dann diese ganzen Lines, die eher austauschbar sind und eher so einfach nur so Dis-Lines sind. Das war ein krasser Dis-Track. Meine Güte, ey. Du weißt es gar nicht von mir. Das ist etwas wirklich, was ich wirklich gut machen kann. Und ich meine das nicht böse. Vor allem nicht böse gegenüber, im Gegenteil. Auch da, und das ist jetzt wiederum das Abliftende, was ich hier drin haben will, weil das wollen wir immer in unserem Podcast haben. Es geht nicht darum, jemanden fertig zu machen. Im Gegenteil. Damals habe ich mich noch daran beteiligt. Ich habe es ja gerade gesagt, es hat mir sogar Spaß gemacht, weil ich einen Hals hatte. Aber das würde ich heute zum Beispiel, würde es niemals jemand aus mir rauskriegen, dass ich mich hinsetze und gegen einen anderen Menschen so einen Text schreibe. Schade. Oder irgendwie kommentierst gegen jemanden. Ja. Also mal abgesehen davon, dass wir eh in einem Zeitalter sind. Du kannst jeden erreichen. Wenn du ein Problem hast, dann schreib ihm doch einfach. Aber hattet ihr früher keine Handys, wo ihr hättet den einen und den anderen einfach anrufen können, um es zu klären? Ja, da waren die Fronten schon sehr verhärtet. Und ich hatte ja auch wirklich eine Vorgeschichte und ich hatte auch einen Riesenhals. Wobei ich das dazugeben muss, der Kerr hat ein paar Mal versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich war so sauer, dass ich das ein paar Mal abgeblockt habe. Ja, aber ich finde so, das sind ja auch so Sachen, das kann ja auch alles so vorgekommen sein. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Man sagt ja, oder es ist so viel Zeit vergangen, dass man da reflektierend drüber sprechen kann, ohne irgendwie eine Haltung dazu zu haben. Das will ich ja auch jetzt sagen. Ich muss sagen, ich war auch nie der, der das abgesegnet hat. Also es musste immer noch jemand anders rappen. Also ich würde das heute nicht so machen. Ich würde auch nicht dabei helfen. Nicht, dass ich mich rausreden will. Ich war dabei und habe das auch gemacht, weil ich enttäuscht war. Aber es war das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und wie lange ist das her? Boah. Zehn Jahre, über zehn Jahre. Acht? Fünfzehn Jahre. Ne, nicht fünfzehn Jahre, aber zehn Jahre. Vielleicht, ja. Es gehörte dazu. Es gehörte dazu, aber ich würde es heute unpassend finden. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mit ihm jetzt in meinem Leben noch Bier trinken gehe und dicke Freunde werden. Aber das muss ja auch nicht sein. Ist ja auch nicht alles für jedermann. Man muss ja nicht mit jedem immer alles machen. Aber da kommen wir jetzt wieder zu diesem Mental Health, worüber wir heute reden und zu der Kurve, die ich bekommen habe. Und vielleicht kommen wir jetzt auch zu dem abliftenden Teil. Ich habe kein Problem mit gar keinem. Keiner könnte mich so triggern, dass ich mich hinsetze und da so einen Text schreibe. Außer es wäre irgendwie so für einen Film oder sowas. Niemals würde ich das machen. Es hat gar keiner mehr diese Waffen über mich, dass er mich so triggern könnte. Weißt du? Und das hat auch was mit diesem Erfolgsdruck zu tun. Und mit diesen Slots, was ich dir erzählt habe, worum alle gekämpft haben. Ich habe mich davon entfernt. Und komischerweise, Sarah Borat. Du machst seine magische Handbewegung. Je mehr ich mich davon entfernt habe, desto befreiender war das. Und jetzt kommen wir auch zu dem Purpose von unserer ganzen Sendung, zu dem Sinn und zu der Message, die wir jedes Mal haben. Übrigens hier im Cosmo Podcast in der ARD Audiothek. Je mehr ich mich von diesem ursprünglichen Kampf um diese Aufmerksamkeit weggewendet habe, desto mehr habe ich sie gekriegt. Woran liegt das, Schatz? Das ist... Boah, heftig, Alter. Das sagen, also... Also, nicht böse gemeint, ne? Es wird Leute geben, die das gerne hören. Wenn es nicht um den Chat ginge, also wenn es nicht um den Stream ginge, würde ich mir das nicht anhören. Das ist sehr schwer für mich, das zu hören. Es ist auch nicht wirklich böse gemeint. Also, es ist so fast Boomer-Talk. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, also... Also, nicht böse gemeint, also... Ich wollte nur einen Satz hören, also noch einen Satz, dann machen wir es zu. Jetzt haben wir schon das K-Thema angefangen. Ich hatte nur... Der Adam hat mir aufgeschrieben, der redet über den Track und entschuldigt sich bei K. Okay, das fand ich interessant, aber es ist schon sehr schwer, das zu hören. Irgendwie finde ich bei alle lieber auch, bei allem Respekt auch. Echo ist einer der krassesten Rapper all time, so ganz krass, ganz klar. Aber er ist wirklich kein guter Erzähler irgendwie. Wenn er erzählt ist, also... Also, es ist interessant, aber... Interessant, dass es so ist. Ja, gut, auch die Sprache hat sich verändert. Vielleicht so ein Ding hier, Gesetz der Anziehung und sowas alles. Aber du hast vollkommen recht. Ich kann das absolut nachvollziehen. Merke ich auch immer in meinem Leben. Es ist ja so das Ding, wie... Mich fuckt einfach nur eine Sache ab, so bei Echo. Und also, ich meine das nicht böse, sondern eher so... Ich bin ja dann außenstehend, dann sehe ich das und dann denke ich mir so... Warum redest du nach zehn Jahren? Und ich weiß ja, was ihm alles angetan wurde in der Sache auch mit Bushido oder wie er da abgesaugt wurde. Und ich meine, er war in vielen Konflikten auch. Er war auch nicht immer unschuldig oder so, aber... Warum muss... Was mich abfällt, ist, er redet immer mit Handbremse irgendwie. Er hat immer die Handbremse angezogen, auch hier. Gut, er ist jetzt ein Podcast mit seiner Frau auf ARD. So, okay. Vielleicht ist es nicht der Talk. Vielleicht laden wir den mal ein zu uns, dann kann er mal auf und reden. Aber dann spricht er doch gar nicht diese Sachen da an, weißt du? Dann ist das so ein Handbremsen-Talk so. Wiss ich nicht irgendwie. So ein Ding hier, Gesetz der Anziehung und sowas alles. Aber du hast vollkommen recht. Ich kann das absolut nachvollziehen. Merke ich auch immer in meinem Leben. Es ist ja so das Ding, wie wenn du in so einer Negativspirale bist, dann ziehst du Negatives an. Und wenn du dich halt gar nicht da rein begibst, ja, dann kommen halt genau die Dinge, die du inständig vielleicht irgendwie hoffst, aber auf eine andere Art und Weise so plötzlich. Ja, wir reden oft darüber. Du sagst mir das auch immer. Chill mal, das kommt. Und ich bin ja auch so ein Freund davon. Ich denke mir auch, es ist so, wie es ist. Wir machen das Beste daraus. Wir arbeiten hart daran. Und es wird schon irgendwann der Punkt kommen, wo das, was du dir wünschst, erfüllt wird. Wenn du gar nicht mehr dran denkst, wahrscheinlich. Genau. Das sage ich dir auch immer, ne? Es kommt voll auf, wenn du gar nicht mehr dran denkst. Und wenn du es nicht mehr haben willst, dann wollen die Leute unbedingt, bitte nimm es, bitte nimm es. Das ist irgendwie crazy. Aber so ist das Universum, glaube ich. Ja, aber sehr, aber sehr Kalender-Universum. Das ist aber ein Universum, was auf den Kalender passt. Okay, wie gesagt, ich mag Eko. Ich habe mich noch letztens getroffen, übrigens auf dem YouTube-Event. Und sehr nett. Wir haben gelacht. Ich habe mich auch gefreut, ihn zu sehen und so. Deswegen will er sich abledern irgendwie. Aber ich glaube, das ist echt schwer, sich das reinzuziehen. Ich wünschte mir, er würde einmal ausbacken und offen sein. Ich glaube, das würde sein Mental Health noch mehr besser tun. Und damit meine ich nicht, ey, geh auf Bushido so ab wie ich oder so. Das muss er nicht machen. Aber es gibt viele Sachen, da müsste er echt mal offen sein, ey. Das würde sein Mental Health bringen. Und außerdem zum Thema Diss-Track. Er sagt, er hat ja sein Steven Spielberg dabei kaum in den Diss-Track so orchestriert und auch geschrieben für Bushido. Ja, ich meine, ganz ehrlich, jetzt mal Real Talk. Seid mal ehrlich im Chat. Wer von euch wusste das nicht, dass Eko das geschrieben hat? Ich glaube, seit Tag 1 wusste das in der Szene fast jeder. Es war da auch schon nicht mehr so ein Ding mit Bushido und so. Aber ich glaube, nach einem Jahr wusste das jeder, jeder, jeder. Und, ähm, also nein, ich meine aus der Szene. Wenn die Fans das nicht wussten, ist ja völlig okay, weil woher auch einfach. Es ist ja nicht so das normale Wissen. Nur, es war ja auch super an, ähm, an den, äh, wie hieß er, Urteil, genau. Urteil von Savas, das, das Leben, Leben und Tod von Kenneth Glöckner, das war ja immer die Kritik auch, dass das sehr, sehr urteilmäßig ist. Man hat, die Leute haben ja gesagt, es ist urteilmäßig. Und, äh, ja, zu Anfang war das ein krasser Disc-Track, das muss man schon sagen. Weil die Glaubwürdigkeit bei Bushido auch da war und seine Stimme war da und das war ja alles da. Man muss ehrlich sagen, es ist, äh, dass der Eko das orchestriert hat, das merkt man. Er hat das an dem anderen Track, also von dem anderen Track, womit er auch irgendwie indirekt dann was zu tun hatte, sozusagen, war er da auf der anderen Seite, äh, der Gegner. Und, ähm, da hat er gelernt, muss man sagen, sieht man schon, der Aufbau, der Aufbau, auch das, genau, auch das mit dem Doppelgänger-Video, da sind sehr viele Ähnlichkeiten. Okay, ist okay, ist kein Problem, ich meine, ich will das nur sagen, ist kein Diss oder so, ich will das nur sagen, wie ich das sehe. Und, äh, man muss sagen, Urteil kann man sich immer noch geben, könnte man sich immer noch geben und es hat immer noch Energie, ist immer noch krass, aber ich finde, und Real Talk, das sage ich nicht, weil ich Bushido nicht leiden kann. Bushido ist Abschaum, Bushido ist Abschaum, falls ich das noch nicht gesagt habe, der ist absolut Abschaum. Aber, man muss sagen, Leben und Tod von Kenneth Döller ist wirklich nicht gut gealtert, ne? Ist wirklich nicht gut gealtert. Wie konnten die, die, diese, ey, Alter, es ist Real Talk nicht gut gealtert. Hört euch den Track heute an, mit der aktuellen Situation, wie viel hat Bushido da gelogen? Wie viel musste er sich selbst anlügen? Von, von N-Wort gar nicht zu reden, von dieser, ey, Bruder, uff. Also, der Botaniker schreibt zum Beispiel für mich, Abrechnung besser als Urteil. Bruder, das ist hier gar nicht eine Debatte und magst du auch, äh, also, Bruder, Abrechnung, Killer Track, keine Frage, auch geil, Mann. Er sagt, boah, du bist Anfang 30, langsam, Bruder, Killer Track, keine Frage. Das war jetzt gar nicht so, wer hat besser, bla, 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 darum geht's gar nicht. Es geht jetzt hier nur darum, äh, auch Abrechnung, äh, oder andere Dis-Tracks sind auf jeden Fall weit Welten besser gealtert als Leben und Tod von Kenneth Döller. Es ist gar nicht gut gealtert. Eine, eine Freiheit, die du im Formant nicht hast. Puh, da, da waren Dinger drin, Alter, der hüpft dich, Alter. Oder stell dir vor, du hast Jahrzehnte aufgebaut, die du in einem halben Jahr zerstört hast. Arafat war so etwas wie dein Vater, oder, äh, Bruder, Bruder, oder was der sagt. Hey, Junge, jetzt sitzt Kay da bei Stern TV und lügt, um seinen Ruf zu retten. Bruder, dieser Dis-Track, das ist eigentlich, obwohl, obwohl, warte mal. Warte, 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 Job Dynamic, guck, warte, warte. Warte, Job Dynamic, guck, du hast ja einen Einkauf, du wohnst, rittetage, warte. Nein, Spaß, warte, warte, warte. Folgendes, ey, ich wecke dich, oder ey, so ein Pen. Da ist übrigens schon ein Pen. Nee, guck mal, ich sag euch, wie man das Ding retten kann. Echo hat gesagt, ich war in meinem Steven Spielberg-Move, ne? Ich glaube, wenn der Echo den Regisseur austauscht, dann ist das der beste Dis-Track aller Zeiten. Ich sag euch, warum, pass auf. Wenn der Echo sagt, nicht Steven Spielberg, sondern wenn er sagen würde, ein Regisseur, sagen wir, George Lucas, wegen Futuristic, mir fällt jetzt kein besserer ein, dann hat er ja in die Zukunft geguckt, vielleicht der Echo, und hat den besten Dis-Track gegen Bushido geschrieben aller Zeiten. Der Dis-Track ist ja nicht gegen Kay, der Dis-Track ist gegen Bushido, den hat er nur früher geschrieben. Also ist Leben, Tod von Leben, Klöckler, Tod und, Mann, Leben, Tod von Kenneth, der Track, ist Christopher Nolan-mäßig gebaut. Er ist ein Inception. Das ist Echos Masterarbeit. Das ist die Inception, die Echo gemacht hat. Er hat den besten Dis-Track gegen Bushido all time geschrieben und den von Bushido selbst ihn rappen lassen. Das ist nicht, Leute, das ist nicht Inception. Das ist auch nicht Interstellar. Leute, das ist Tenet. Okay, alles vorbei. Ich hab alles, Leute, ich hab, okay, ich hab einen rausgehauen. Das ist Tenet, wenn ihr überhaupt Tenet gesehen habt. So, letzter Satz jetzt hier. Das ist Tenet, das ist der Unterhase. Respekt an Eck. So, nochmal der letzte Satz hier fehlt uns noch. Es ist auch einfach, die Gesellschaft ändert sich, der Druck ändert sich, die Dinge ja auch zu bestimmten Angelegenheiten ändern sich. Du hast gesagt, früher hat man sich gedisst. Das war dann halt so die Sache, um Dinge zu klären. Es ist ja heute auch noch in gewisser Weise so. Die machen keine Dis-Tracks vielleicht mehr, aber irgendwie nimmt sich jeder raus, über jeden irgendwie was im Internet zu sagen, was ja auch drinnen bleibt. Ich finde, das ist auch keine schöne Form davon. Und davon sind wir ja auch weg. Das ist ja eine Entwicklung, die man durchmacht. Die hast du auch durchgemacht. Auf jeden Fall. Abschließend hier zu den Dis-Tracks, weil du gerade nochmal sagst, Dis-Track, wenn ich den K-One so beleidigt habe, familiär oder sonst was, ich hab's nicht selber gesagt, aber ich war dabei, das zu machen, dann tut das mir leid. Kann der von mir annehmen oder nicht, aber ich hab das für mich abgeschlossen. Ich möchte keinen fertig machen. Ich will nicht, dass ich daran schuld bin, dass irgendeiner irgendwo hingeht und beleidigt wird von jemandem oder sonst was. Damit will ich nicht leben. Ich bin mit meinem Leben im Reinen. Ich hab auch Probleme. Echt? Das weiß die Sache am besten, aber nicht solche. Ich hab nicht die Probleme, ey, jetzt muss jeder mitkriegen, wie krass oder geil oder was auch immer. Ey, könnt ihr alle haben. Und ich sag's jetzt, je mehr ich das nicht will, desto mehr kommt's sowieso. Und was ich dir dazu noch sagen wollte, Schatz, ich glaube, das Universum hat für uns immer das bereit, was wir imstande sind zu handeln. Darf ich? Da hat er es verraten, das Universum. Als er das gesagt, wusste ich, der Track heißt nicht Kenneth Glöckler, der Track heißt Tenet Glöckler. Türk, du bist der King. Leute, ich hab mich in der Ecke vollkommen geirrt. Das ist auch gar nicht, das hier ist kein Schwiegersohn-Talk. Das ist Schiff-Rap. Er hat uns gerade Informationen gegeben, die haben gerade mein Weltbild verändert. Und ich hoffe, der Chat kommt mit. Das Leben dieses Universums von Tenet Glöckler. Der Diss-Track, gerappt von Bushido an sich selbst, ist von seinem jüngeren Ich an sein älteres Ich so gerannt. Und Echo hat die, nach der Einstein-Rosenberg-Brücke, das Universum durch Masse in Bewegung gebracht, sodass es einen Zeitsprung gibt. ein sogenanntes Wurmloch, würde man das in Science-Fiction-Movies nennen. Wow. Kennst du? Papa Arafat regelt das mit Schellen. Dings, was war mit der Wasserflasche? Oh mein Gott. Ich sag euch ehrlich, das ist keine Theorie. Eck hat es mir gerade so durch diesen Trigger-Podcast-Talk erzählt. Ich bin mir sicher. Papa Ari ist eine Parabel. Das ist nicht Papa Ari. Papa Arafat regelt das mit Schellen. Damit meinten die, Baba, guck, wir regeln das mit Wellen. Zeitwellen, die dann zurückkommen, die dann in einer Tenant-Situation inzeptieren. Leute, ey, was haben wir heute rausgefunden? Krass. Das ist die Dayus-Dimension. Zum Beispiel Streamy schreibt, welcher Sklave macht über 100 Mille jährlich? Auch da war nicht Sklave gemeint. Es ging um Slaven. Also um die Völkerwanderung der Slaven, die dann über Österreich gekommen sind. Es ging darum. Es ging ja auch um die, es geht um den Kern. Kennt ihr Kern, CERN? Die Raketenwissenschaftler, diese, die Teilchenbeschleuniger CERN? Es geht um den Kern. Wow. Krass. Sauron ist ja, das ist Kernfusion. So, wir schließen die Psychoscheine wie im Psychotalk jetzt hier ab. Ja, Shoutout. Natürlich Shoutout an Eck und seine Frau. Wenn ihr den Podcast hören wollt, der ist auf ARD. Wir verlinken natürlich. Gebt euch auf Lunge. Ist, glaube ich, beim Ehrlichsein nicht für uns gedacht. Ist für ein anderes Publikum. Es ist, nur bei dieser Folge hier finde ich es gut, da finde ich es echt gut, dass er noch mal aus der, dass er uns noch mal Informationen gegeben hat. nicht für uns